Hallo allerseits! Diesmal gibt es ein Impressionen-Video vom Spur1-Treffen in Sinsheim am 23. und 24. Juni 2018. Hier jetzt gerade am Märklin-Stanz, da sehen wir gerade die brandneue Baureihe 78 fahren. Eines der ersten Handmuster, das schon lackiert wurde. Das wurde hier das erste Mal gezeigt. Und man sieht hier, wenn man genau hinfährt, die Umsteuerung, die dann beim Fahrtrichtungswechsel normalerweise betätigt wird beim Vorbild mit Kurbeln. Und jetzt fährt sie gleich wieder los. Und hier sehen wir nochmal die V 188. Ein riesengroßes Koloss, das auch hier auf der Pendelstrecke von Märklin auf und ab fährt. Und dann schauen wir wieder weiter zum nächsten Stand. Jetzt bin ich am Stand der Firma Dingler und sehe hier ein Handmuster einer wunderschön detaillierten Schweizer Lok AE 47, die wirklich dann wieder mit faszinierenden kleinen Details realisiert wird. Das ist hier das aller allererste Handmuster. Die Lok wird nächstes Jahr voraussichtlich lieferbar sein. So, jetzt haben wir nochmal die andere Seite, die Rückseite der Lok mit dem Buchli-Antrieb, den Dingler sogar vorbildgerecht realisiert hat. Hier an einer Seite, an einer Stelle haben wir ihn geöffnet, damit man sehen kann, wie das funktioniert. Und er hat hier wirklich alles vorbildgerecht nachgebaut. Ein echtes Highlight am KM1-Stand war die Baureihe 5040 Franco Grosti, die hier ganz frisch in Sinsam eingetroffen ist und erst am Samstagvormittag aufgebaut wurde und hier das erste Mal zum sehen ist. So, das war's mit drei Modelleisenbahn-Lok Highlights im Maßstab 1 zu dem Buchli-Antrieb. So, das war's mit drei Modelleisenbahn-Lok Highlights im Maßstab 1 zu dem Buchli-Antrieb. vom Internationalen Spur 1 Treffen in Sinsheim am 23. und 24. Juni 2018. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.